Herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Und zwar machen wir heute ein Thermomix-Video. Das ist ja sehr beliebt auf YouTube. Und da zeige ich euch mal mein Lieblings-Selbst-Theromix-Rezept. Dafür brauchen wir eigentlich nur drei Sachen. Beziehungsweise ist es nicht ganz reiner Thermomix. Wir brauchen 500 Gramm Suppengrün, wo ihr so kaufen könnt im Supermarkt. Und da ist auch immer so ein kleiner Brühwürfel noch drin. Warum auch immer, ich benutze den nicht. Ihr dürft den gerne benutzen, wenn ihr wollt. Und dann ist darauf zu achten, wenn ihr so ein Suppengrün kauft, kauft eins, wo viel weißes Lauch dran ist. Weil es gibt auch manchmal welche, wo dann hier der ganze grüne Teil dran ist. Und der grüne Teil, der ist ein bisschen bitterer. Am besten einfach den raussuchen, wo viel weißer Teil dran ist. Dann ist da drin noch ein Sellerie, so ein Viertel. Ein bisschen Petersilie. Und drei, vier Karotten. In unserem Fall sind es zwei Karotten zu viel. Wir brauchen nur zwei, weil sonst wird die ganze Geschichte ein bisschen zu süß. Die Karotten heben wir einfach auf. Da brauchen wir was anderes. Oder zum Snacken halt so. Dann haben wir 600 Gramm Hähnchenflügel. Die werden wir für die Suppe brauchen. Und danach zeige ich euch, was ihr dann danach mit den Hähnchenflügel machen könnt. Dass ihr erst die Suppe esst und danach habt ihr noch schön Hähnchenflügel, wo man noch ein bisschen abnagen kann vor dem Fernsehen. Wir starten ganz einfach mit 50 Milliliter Öl. Das hauen wir in den Topf, den wir auch dann für die Suppe brauchen später. Und da packen wir unsere Hähnchenflügel einfach drauf. Ganz easy. Und stellen das Ding einfach auf den Herd. Die Hähnchenflügel einfach ein bisschen in der Pfanne verteilen, sodass die alle am Boden liegen. In meinem Fall sind es jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Passen genau in die Pfanne, bedecken den kompletten Boden. Die langsam anbraten lassen. Und in der Zwischenzeit gehen wir her und verarbeiten unser Gemüse. Weil ich keinen Bock habe, das alles zu schneiden, schmeiß ich das einfach alles hier rein. Den Lauch umbreche ich kurz in der Mitte zusammen. Auch da rein. Dann kommt der Deckel drauf. Wir schalten den Terramix einmal auf volle Pulle. Und dann haben wir schon unser kleingeschnittenes Gemüse. Das packen wir jetzt auf die Seite. Lassen die Hähnchenflügel ein bisschen anbrutzeln. Und wenn die ein bisschen angebrutzelt sind, das Fett ein bisschen rausgekommen ist, dann nehmen wir die Hähnchenflügel raus, schütten das Gemüse rein. Und braten das Gemüse auch ein bisschen an. Danach füllen wir es auf mit Wasser. Und dann lassen wir die Brühe stehen. Das ist kein richtiges Thermomix-Rezept eigentlich. Ein richtiges Thermomix-Rezept wäre eigentlich einfach nur faul gewesen. Richtiges Thermomix-Rezept wäre gewesen. Wenn ich das jetzt hier drin gelassen hätte, dann auf 100 Grad im Thermomix angeröstet hätte, das Öl, das zum Anbraten dazugeben würde. Und dann die Chicken Wings da rein, mit Wasser auffüllen auf einen Liter. 80 Grad, eine Stunde. Und dann hast du ein Thermomix-Rezept. So ist es einfach nur faulheit gewesen. Aber ich muss meine Finger da trägig machen. Das ist doch ganz gut eigentlich. Ich habe weder das Hähnchen angelangt, noch lange ich das hier an. Das brät jetzt hier an, vor sich hin. Ich wünsche mir mal eine kleine Schüssel. Jetzt haben sie ein bisschen Farbe bekommen. Das langt auch schon völlig. Jetzt nehmen wir sie raus. Man sieht auch schon, hier hat sich ein leichter Bodensatz gebildet. Von der Hähnchenhaut. Und das Öl, das schäumt auch ein bisschen. Sprich, es ist auch schon ein bisschen Fett von den Hähnchenflügeln rausgekommen. Da drauf tun wir jetzt unser Gemüse. Das wird jetzt schön angeschwitzt. Das sich hier unten am Bodensatz so richtig schön, ein richtig schöner Bodensatz bildet. Dann haben wir meistens immer noch hier ein bisschen was drin im Topf. Wir brauchen ja nachher ein Liter Wasser. Da können wir dann den Becher nehmen dafür. Einfach auf einen Liter auffüllen. und gleichzeitig noch die restlichen Gemüsestückchen quasi vom Topfrand entfernen. So, jetzt haben wir hier unten schon einen schönen Bodensatz. Ich kratze das gerade mal frei für euch. Den löschen wir jetzt mit 50 Milliliter Weißwein. Einen kleinen Schluck ab. Der wird dann gelöst, ein bisschen angekratzt, so dass sich alles lösen tut. Dann hauen wir wieder unsere Chicken Wings dazu. Gerne auch den Saft, der sich da schon gebildet hat, den auch dazugeben. Das restliche Fett, alles Geschmacksträger. Und nun füllen wir das dann auf mit dem Wasser. Man lässt es einmal richtig aufkochen und dann schiebt man es einfach auf die Seite und lässt es eine Stunde stehen. Das ist schon der große Trick an dieser Thermomix, Instant, Brühe, selbstgemacht, Hähnchen, Flügel, Chicken Wings, Suppe. Es muss wirklich einmal richtig kochen, dass es richtig einmal lodert, also so richtig wie Nudelwasser, dass es so richtig kocht und dann schiebt man es auf die Seite und dann ist es quasi wie so eine Art Tee durch die restliche Hitze. Es ist auch ein bisschen energiesparender. Man muss jetzt nicht dastehen bei den Chicken Wings, die dauern nicht so lange. Die sind in der Stunde fertig. Wenn es einmal bei 100 Grad gekocht hat, dann bleibt ja auch nochmal die restliche Wärme im Topf und die reicht dann, um den ganzen Geschmack aus den Flügeln rauszuholen. Jetzt geht es gleich ab. Ja genau, so muss es jetzt einmal richtig kochen. Und wenn es richtig kocht und spritzt und sowas, dann macht ihr den Herd einfach aus, schiebt es auf die Seite und da bleibt es jetzt eine Stunde stehen. Timer. Also, der Timer hat geklingelt. Die Suppe ist quasi durchgezogen. Dann brauchen wir einen neuen Topf und ein Sieb. Da schütten wir dann quasi die Brühe jetzt mal ab. Und das packen wir auf die Seite. Und dann haben wir jetzt hier unsere Suppe. Die stellen wir dann wieder auf den Herd und lassen die nochmal aufkochen. Und in der Zwischenzeit machen wir unsere Barbecue-Soße für unsere Chicken Wings. Das heißt, wir nehmen das Gemüse, das wir jetzt für die Brühe genommen haben, auch wieder in den Mixer zurück. Und dann brauchen wir hier auch was. eine Cola. Eine Cola. Die geben wir dazu. Das heißt dann 0,33 Milliliter. Brauchen wir ein bisschen Tomatenkonzentrat. Ich habe da so ein flüssiges Tomatenkonzentrat. Tomami heißt es. Da kommt ein Esslöffel dazu. Dann machen wir zwei Esslöffel Sojasauce. Dann haben wir eine Pfeffermischung. Da könnt ihr auch einfach ganz normalen frischen Pfeffer nehmen. Auch einen Esslöffel. Wir wollen es ja gerne ein bisschen scharf haben. Ich habe hier, wenn ich Chilis benutze, dann kratze ich die Kerne aus und das Innere auch. Und das packe ich dann in ein Glas. Fülle das dann mit Essig auf. Und diesen Essig nehmen wir jetzt auch ein bisschen was davon. Auch ungefähr einen Esslöffel. Dann haben wir was scharfes. Dann haben wir was Süßes durch die Cola. Dann haben wir unser Gemüse für die Bindung. Dann haben wir ein bisschen Pfeffer drin. Und die salzigen Part haben wir von der Sojasauce. Dann gehen wir her. auf den Mixer drauf. Ein bisschen Xanthan. Und bei Xanthan ist ein bisschen 2 Gramm. Ich habe das schon öfters gemacht, deswegen kann ich es so Freestyle-mäßig aus der Hand machen. Das Xanthan macht einfach die ganze Sache bindefähiger. Es wird einfach alles gebunden. Die feineren Stückchen werden auch noch direkt püriert. Also wir haben danach eigentlich eine glatte Soße, die auch ein bisschen eine dickere Viskosität hat. Und dann lassen wir es einmal volle Lotte laufen. Und hier haben wir jetzt unsere Barbecue-Soße ohne irgendwelche Sachen wie Geschmacksverstärker oder Ketchup. Das Wichtige ist jetzt, wir nehmen die Soße und nehmen unsere Chicken Wings raus. Am besten in eine kleine Schüssel. Das mache ich jetzt einfach mit der Hand. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn Danas einfach noch ein kleines bisschen von den Gemüsenresten oder so noch dranhängt. Das ist alles Geschmack. Das tut den Chicken Wings keinen Abbruch. Und dann gießen wir unsere Soße drüber. Und so wie sie jetzt sind, packen wir sie in den Ofen bei 180 Grad. 30 Minuten. Nehmen wir am besten, weil wir ja alle faul sind und nicht so viel spülen wollen, nehmen wir am besten den Topf, wo wir vorher die Suppe drin hatten, geben da die Barbecue-Soße dazu. Fake Barbecue-Soße. Und lassen die nochmal richtig schön einkochen, dass die richtig dick wird. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist zu probieren. Dampf ist auf jeden Fall da. Ui. Ja, doch. Muss so sein. Muss so sein. Chicken Wings brauchen das. Die leben davon. Also, jetzt haben wir die da rein. In den Ofen, 180 Grad, 20 Minuten. Ist unsere Suppe hier schon ready? Und dann können wir einfach hergehen und zu der Nudelpackung, die wir alle kennen, Instant-Nudelpackung, und tun die einfach in unsere Brühe rein. Was dann passiert, die Nudeln saugen sich mit dem Saft voll und wir haben eine selbstgemachte, schnelle, Instant-Hühnerbrühe aus Chicken Wings und wir haben gleich noch die Chicken Wings dazu. Die müssen sich jetzt noch aufweichen. Es dauert einen kurzen Moment. Und dann hat man so gesehen, zwei Gänge Menü. Erst die Nudelsuppe als Vorspeise, gerade bei kaltem Wetter ist das richtig gut. Gesund, frisch und dann noch die Chicken Wings dazu. So, jetzt haben wir unsere Chicken Wings bei 180 Grad ungefähr 20 Minuten drin gehabt und wie ihr seht, ist der obere Teil jetzt schön mit der Barbecue verschmolzen, ein paar Ecken, sind auch ein bisschen ein paar knusprige Stellen entstanden und wenn man wissen will, ob es alles genau auch durch ist, nach der Stunde in dem Wasser oder in der Brühe und dann nochmal nach den 20 Minuten im Ofen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, man kann hergehen und wenn man den Knochen sieht oder der Knochen sich hier vorne sichtbar gemacht hat, sprich, das Fleisch hat sich zurückgezogen, dann ist es das Zeichen, dass das Hähnchen komplett durchgezogen ist. Ich gehe jetzt nochmal her mit einer Gummispachtel und nehme schon mal von der reduzierten Barbecue-Soße und streiche es einfach nochmal ein bisschen ein, dass es einfach alles ein bisschen saftiger noch ist und es ist halt einfach so, wenn man mit dieser Art und Weise kocht, dann ist es eine Never-Ending-Story. Jetzt kann man natürlich hergehen auch und diese Barbecue-Soße, die man hat, wieder weiterverarbeiten. Einfach ein bisschen Curry reinmachen, eine Kokosmilch rein, wieder Hähnchen anbraten mit Gemüse und dann mit dem auffüllen und dann hat man sogar ein Gemüse-Curry mit einer Barbecue-Soße beziehungsweise Fake-Barbecue-Soße gemacht. Ich packe das jetzt alles hier drauf. Auf der anderen Seite haben wir die Brühe mit den Nudeln. Die Nudeln haben sich wunderbar vollgesaugt. Dann geht man her und tut die Nudeln schön in die Suppenschale rein und dann hat man alles verwertet und man musste nicht extra ein Huhn auskochen und das dann quasi wieder wegschmeißen, sondern man kann jetzt hier bis heute Abend vor dem Fernseher hat man was zum Essen. Noch mal ein bisschen von der Soße drüber. So, weil das ja ein bisschen einen Asias-Touch hat, sag ich mal, esse ich das auch mit Stäbchen und die Suppe wird natürlich im Asiatischen immer geschlürft. Deswegen probiere ich jetzt mal die Suppe. Eine super frische Geflügelbrühe, also die wärmt richtig von innen. Es ist zwar kein fancy Gericht, auch nicht ausgestylt oder so, aber es ist einfach eine ganz einfache Nummer und man braucht dafür eigentlich gar nichts können. Man braucht dafür auch wenig Zeit, um eine richtig frische Brühe zu machen. Und man hat keinen Abfall mit den Chicken Wings, die man sich dann noch gegen später oder irgendwann oder am nächsten Tag noch reinhauen kann. Ich probiere jetzt mal noch die Nullen. Also wenn man sowas macht, dann braucht man keine Instantbrühe. Da könnt ihr die Brühe weghauen, so wie ich es auch gemacht habe. Das ist eine super leckere Suppe und auf die Chicken Wings freue ich mich auch noch gleich. Wie ihr seht, das Fleisch geht super einfach weg vom Knochen. Man muss ehrlich sein, es ist ein bisschen trocken für Chicken Wings, die man das normalerweise kennt, aber man muss auch beachten, dass das Hähnchen natürlich auch einiges an Geschmack abgegeben hat für die Brühe. Und ich sage mal so, lieber ein bisschen trocken wie wegzuschmeißen, weil das ist echt schade, das wegzuschmeißen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.